Es gibt viele Ideen, wie eine Stadt in Zukunft aussehen könnte. Doch welche Erfindungen sorgen dafür, dass wir Energie effizienter nutzen? Dass unser Alltag angenehmer, unsere Luft sauberer, unser Müll weniger, unsere Städte grüner und sicherer, der Verkehr fließender werden? Was wäre, wenn jedes Haus ein kleines Kraftwerk ist, das Energie produziert, speichert und mit anderen teilt? Wenn Fassaden multifunktional sind und je nach Bedarf die Luft reinigen? Wenn sich die Menschen untereinander und mit der Stadt vernetzen und aktiv Entscheidungen mitgestalten? Wenn auf Dächern gemeinschaftliche Nutzungen wie Grünflächen und neuer Wohnraum entstehen? Wenn Produkte und Waren in der Stadt hergestellt werden, um weite Transport- und Arbeitswege zu vermeiden? Wenn Verkehr emissionsfrei ist und gemeinschaftlich genutzt wird? Was wäre, wenn unsere Städte leiser, nachhaltiger und wandlungsfähiger werden und wir mit innovativen Lösungen und Technologien den Sprung in ein neues Stadtzeitalter schaffen? Wie sieht die Stadt aus, in der sie in Zukunft leben wollen? In der Morgenstadt werden Ideen wahr. Fraunhofer im Auftrag der Zukunft